Herzlich willkommen bei der Firma Montaplast. Ich mache hier eine Ausbildung zur Industriekauffrau und wir unterscheiden uns zu den anderen Unternehmen aufgrund unserer großen Vielfalt an Abteilungen. Aber was genau dazugehört, zeigen wir euch jetzt. Zu den klassischen Abteilungen gehört das Personalwesen, wo die Mitarbeiter verwaltet werden, der Vertrieb, wo stetiger Kundenaustausch besteht, der Einkauf, wozu die Beschaffung sämtlicher Güter gehört und die Finanzbuchhaltung, die sich folglich um die Bezahlung kümmert. Die technische Arbeitsvorbereitung und fasst sämtliche Maßnahmen zur Vorbereitung eines Projekts. Hier in der Wertschöpfungsabteilung werden Arbeitsabläufe beschrieben und optimiert. Um die Umsetzung nachher besser nachvollziehen zu können, gehören auch Maschinenfertigung und Lager zu unseren Abteilungen. Hier im Qualitätswesen tragen wir die Verantwortung dafür, dass die produzierten Teile keine Fehler oder Mängel aufweisen. In der Fertigungs- und Versandsteuerung kümmern wir uns darum, dass alle Teile planmäßig bei uns abgeholt werden und zufriedenstellend beim Kunden ankommen. Konnten wir euch überzeugen? Dann bewerbt euch jetzt!